Geil, wir sind... Ja, was ist das? So, jetzt gehen wir mal hier hin. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Ich will das nicht. Wir sind unsichtbar. Fafnir, der Breninator. Wir sind unsichtbar. Ich glaube, wir müssen seinen Bauch angreifen. Ich glaube, er ist schwanger. Wer stört meinen Schlummer? Na, werft euer Leben hinfort in der Hoffnung auf Reichtum. Für diese Respektlosigkeit will ich euch auslöschen. Ja, geil, die ja. Wir können dich auch weiterschlafen lassen. Der sieht uns gar nicht. Oder? Weiß ich nicht. Alter! Ich glaube, der sieht uns. Ja. Greif seinen Bauch an. Der ist fett. Fett? Der liebt das. Der liebt es, wenn wir ihn hart an den Bauch rannehmen. Oh Gott. Ich glaube, der hört damit erst auf, wenn... Ah, nee. Scheiße. Wie hast du denn eben getroffen? Ja, einfach wenn... Du musst dich so hinstellen, dass du triffst. Geil. What the fuck? Ach so. Oh Gott. Was ist das denn für ein übeler Strahl, Junge? Wieder bei dem! Wieder bei dem! Wieder bei dem! Wieder! Ich glaube, ich bleib einfach nass. Okay, das bringt auch nicht so viel. Kann man sich ein Wasserschild machen? Alter! Scheiße! Steine, 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 steine. Oh! Oh ne, Gott! Scheiße! Oh Gott! Wie hast du den denn eben angegriffen, Junge? Ja, mit Stein! Ich bin tot. Irgendwie. Sehr genauso! Da, an den fetten, geilen, dicken Bauch. Scheiße! Ich bin tot! Nein! Gott! Der hat mich gerade mit seinem Schwanz weggewiedelt. Pversling. Das ist ja richtig geil, sagst du? Jetzt habe ich ihn schon wieder getroffen, aber ich bin tot. Und du bist jetzt auch tot. Schnell, wieder bei dem! Nein, scheiße, ich habe das Hals um. Ey! No! Ich bin tot und du bist nass. Nein! Mach dich geil trocken! Schnell! Nein! Ich will doch nicht das Falsche ausschauen! Nein! Nein! Verdammt! Gott, ey! Leck mich! Oh Gott! Ich bin so ein Scheiß! Wie bin ich denn jetzt gestorben? Jetzt beliebt ich ihn immer wieder, Junge! Ja, ich stehe da einfach nur rum und der tötet mich. Arschloch! Also nicht du, sondern er. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Leute, einfach nur Stein gegen ihn. Ja! Okay. Okay, am besten gegen seinen Bauch. Oh, geil! Scheiße, scheiße, scheiße! Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube aber, das taut wieder auf. Alter, der ist schon fast... Ja, taut das wieder auf. Der ist schon fast down. Was ist das für ein... Oh nein, tot! Du bist nass! Ich bin nass, nein! Scheiße, 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 scheiße! Haaah! Schneller, 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 schneller! Noll! Wie unfair war das denn jetzt? Scheiß! Ähm... Das ist ja jetzt voll Arschloch-like. Das sah jetzt grad cool aus. Wie du grad in der Lava da so quasi rumgeborgt bist. Ich guck mal grad, wer mich angeschrieben hat. Wie kannst du das jetzt mitten in der Aufnahme machen, Junge? Äh, ich spiel nicht im Vollbild. Achso! Warte, warte, können wir nicht von dir schon schießen? Ja, mit Heilung, David, mit Heilung! Mach das einfach, vielleicht springt das... Ah, nee, scheiße. Nee. Muss erst die Sequenz kommen. Ach, die Eva springen war. Oder auch nicht. Pfaffnir, der Brenninator. Der brennt alle gern nieder. Mit seinem dicken Bauch. Der ist wahrscheinlich schwanger. Klar ist der schwanger. Da kommen gleich ganz viele kleine raus, wenn wir ihn getötet haben. Ja! Hm, linke Embryos. Ja, Respekt, das ist kalt. Können wir das nicht überspringen? Nee, das ging nicht bei mir. Jetzt. So, schon mal drei Viertel Leben abgezogen. Scheiß, ich bin tot. Ich glaub, irgendwie meine Robe ist gegen Feuer mega scheiße. Nein! Verdammt, der... Verdammt, oh Gott, scheiße. Alter, bei mir bringt Wasser gar nichts. Du musst auch Wasser auf dich selbst anbecken, ne? Ja, das klappt aber nicht bei mir. Natürlich klappt das. Nein! Doch. Das klappt nicht. Ey, dem, sein Bauch hat schon Risse. Oh, ja. Ganz harte Risse. Oh, lol. Ich glaub, der ist zornig geworden. Nein, das macht... Das war seine Gedankenpower. Ah, Gedankenpower. Ich bleib jetzt aber mal so stehen. Mal sehen, ob der dann trotzdem weiter... Ich glaub, der macht jetzt nur noch die Gedanken-Scheiße. Weil ich hier so schön stehe. Scheiße, ich hoffe, dass der nicht gleich... Macht der auch Risse, wenn ich jetzt genau hier an der Ecke stehe? Oh! Nein! Nein, nein! Ah, ich bin tot. Schnell, 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 schnell! Haha. Du kriegst doch jetzt nicht... Du musst auch Wasser auf dich anwenden. Ja, aber das klappt bei mir nicht. Wenn ich Wasser auf mich mache, brenne ich weiter. Ich bin... Ach, ich glaub, er ist böse. Äh, ich bin verwirrt gerade. Also, mein Charakter ist gerade verwirrt. Meiner auch, scheiße! Ach, du Kacke. Wir müssen jetzt einfach in die entgegengesetzte Richtung... Ich bin tot. Willst du mich verarschen? Was war das denn? Oh, komm, last try. Für heute. Ja. Wir haben den doch fast hinbekommen, also. Ich weiß. Warte, 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 warte. BAAAAAM! Ja, Moment, ich treffe sogar seinen Bauch. Ich mache das jetzt einfach mal. Das wäre witzig, wenn wir dann jetzt gleich wiederkommen, so voll schon down ist, so voll mega, ihr weißt es, so Digger. Und jetzt bashen wir den richtig. Hart weg. Geh weg. Wer stört meinen Schlummer? Jetzt mal ernsthaft. Inwiefern soll der uns helfen? Geh weg. Geh weg. Warum kann man das nicht überspringen? Geh weg. Scheiße. Ups, Salat. Ich bin tot. Alter, wie schnell du stirbst, Junge. Ich glaube, meine Robe ist scheiße gegen Feuer. Ja, das könnte natürlich... Oh Gott, Scheiße. Ich bin tot. Ich habe es gar nicht erst versucht. Äh. Ups, fuck. Alter, fick dich doch. Ah, gut. Jetzt hat es mal endlich geklappt. Ich bleibe jetzt einfach nass. Weil dann kann ich mich halt mega schnell heilen. Oh Gott, du kleiner schwangerer Scheißdrache, ey. Halt die Fresse, du scheiße, schwangerer Scheißdrache, ey. Der hat bestimmt Stimmungsschwankungen. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Oh Gott. Oh Gott, Scheiße, ey. Ah, ne, jetzt macht er wieder Verwirrung. Ne, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Ja, hab ich auch. Er macht wieder Verwirrung. Scheiße. Buch. Ich will hier, was ist völlig... Okay, ist dann... Oh, Scheiße. Was ist denn jetzt Erde? Nein! Äh. Ich bin tot. Es ist Erde. Ja, aber... Du musst versuchen, mich wiederzubeleben. Oh, ich muss dich wiederbeleben. Äh, ja. Schön, dass du mir das gesagt hast. Ich hab nicht mitgekriegt, dass du gestorben bist. Ja, komm, jetzt last try, last try. La, la, äh, last try jetzt. Ja? 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 Du bist ein Spacken for the win. Du bist ein Spacken for the win. Laute, sonst bring ich dich um. Wieso bin ich denn ein Spacken? Du hast mir einfach nicht gesagt, dass du tot bist. Du bist ein Spacken for the win. Du hättest mir sagen können, dass du tot bist. Ich hab das nicht mitgekriegt. Ein Spacken for the win. Digga. Ja, halt die Fresse, du scheiß Drache. Echt, mach. Das ist kein Drache, das ist ein... My Little Pony. Ein Reninator. Das ist ein My Little Pony. Ich bin tot. Alter, wie schnell du Stürz, Junge. Ja, ich bin nicht darauf vorbereitet zu sterben. Das ist total unlogisch. Okay, da wurde ich weggebescht. Scheiße. Ich bin weggebescht. Liebe! Liebe, Liebe, Liebe. So. So, jetzt kannst du dich meinen Arsch knutschen. Oh Gott, Alter. Scheiß Drache, du. Lol. Warte, kann man den nass machen? Das wäre lustig. Yay! Nein, jetzt habe ich meine beste Chance verpasst, ihn nur umzubringen. Nein, warum bitte... Oh Gott, nass, nass, nass. Heil, 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 Heil. Nein! What the fuck, ich bin tot. Mach dich trocken, mach dich trocken, trocken und heilen. Dankeschön, dankeschön. Liebe! Liebe, Liebe, Liebe! Ich habe ihn gebescht, Junge. Warum habe ich Strahl ausgefüllt? So, ich beschen jetzt die ganze Zeit. Boah, ich hoffe nur, dass er uns jetzt nicht gleich mal wieder verwirrt. Ja, wir haben ihn getötet. Oh Gott, endlich. Wir beide haben ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Ja, aber ohne mich hättest du das auch nicht so schnell geschafft. Und ich ohne dich nicht. Äh. Hat der sich jetzt auch wieder festgepackt? Ah, ich dachte schon. Oh Gott. Drachentöter. Ha, it. Futurusflat? Seid ihr das? Ja, Fafni, genau ich. Asato, unser Herzfreund ist zurückgegangen und er versucht, mit Gott ganz zeitlich zu zerstören. Nein, helft uns, Fafni, ihr seid unsere einzige Hoffnung. Verstehe, verstehe, verstehe. Dann verleihe ich euch diese Marquis, um Asatoa aus seinem Reich und in das Unsiegkriege zu ziehen, wo er besiegt werden kann. Was ist denn das für eine Marquis? Er lernt Verkörperung langweilig. Aber Vorsicht, obwohl seine Macht nur ein Fitzel dessen sein wird, was sie im älterischen Reich darstellt, will er doch das mächtigste Wesen sein, das Midgard je gekannt hat. Ich sende euch nun ans Weltenheden zurück, wo dieses Paradoxon zuerst Gestalt angenommen hat. Das heißt, anstatt dass er einfach mit uns kommt und den mit seinem Feuer wegbäscht, sollen wir jetzt alle allein dahin gehen. Er hat einen schwangeren Bauch, der halb kaputt ist, ja. Der muss jetzt erst mal zur schwangeren Gymnastik. Der muss jetzt erst mal zum Frauenarzt. Jo, gut. Ja, Leute, das hören wir uns das nächste Mal an. Hoffentlich backt sich das jetzt wieder beim Ladebalken fest. Yay, Ladebalken! Nein, es hat geladen. Ich will gerade noch wissen, was Verkörperung ist eigentlich. Ja, das will ich auch noch gerade wissen. So, da wären wir wieder. Aber diesmal haben wir die Mittel, um mit Asatour zu kämpfen. Ja, ihr müsst Verkörperung genau im richtigen Moment wirken. Ich gebe euch das Zeichen, wenn die Zeit gekommen ist. Blender! Ja, mit euch war ich doch schon fertig. Das habe ich ganz vergessen. Sieht aus, als müsstet ihr es mit mir aufnehmen. Lol. Lol. Och, nee. Wie geht denn Verkörperung? Scheiße. Ah! Fuck. Ja, haben wir doch... Ach, komm, nee, komm, jetzt. Das reicht für heute, oder? Oder soll man den noch gerade... Ah, nee. Ja, Leute, ähm... Dann war's das jetzt. Das war's dann heute mit Let's Play Magica. Und, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und seht es sechsmal wieder, wenn der Jonas stirbt, während ich Vlad wegbäsche. Jonas, töte dich noch irgendwie. Oder? Ich bin gerade noch da. Und bewerten nicht vergessen, ne? Genau, und abonnieren, favorisieren, youtubisieren. Ähm, ja. Und tschüss.